Er ist ja sowieso ein sehr, sehr eifersichtiger Typ und hat natürlich große Angst, sie zu verlieren. Ich finde es auch gut, wenn alles funktioniert und man gleich den richtigen Gang findet und man richtig schnell beschleunigen kann und das Ding nicht so ganz so eine Pestschleuder ist. Aber es hat auch echt Stil. Ist schon nicht schlecht, ja. Schneidst du dich bitte an, Jürgen? Vertraue dich, vertraue deinen Fakten. Oh, das soll ich dir nicht. Soll ich dir helfen, Schatz? Ich habe einen Anschnack. Ist das, weil der Grot nicht...